Was ist das? Was ist das? Es ist aber ein bisschen unübersichtlich, deswegen weiß ich immer noch nicht genau, in welchem Level ich jetzt was schon gemacht habe, weil ich nicht weiß, welches Level wo ist eigentlich. Wirst du Resident Evil 8 spielen? Ja, also spielen werde ich garantiert. Ist eh klar. Ob ich ein Let's Play dazu mache, weiß ich nicht hundertprozentig. Da muss ich schauen, ob das überhaupt, also zumindest mal so reinspielen werde ich definitiv. Auch auf dem Kanal. Aber vor allem natürlich Lore-Videos und Hilfe-Videos und Erklär-Videos und so Sachen wird es dann wieder ganz stark verstärkt geben zu dem Thema. Was ich bei deinen Videos nicht ganz verstehe, du hast Let's Plays. Warum nimmst du nicht ein Let's Play als Hintergrund für deine Info-Videos? Das habe ich mir auch schon öfter gedacht, aber seitdem die meisten der Let's Plays ja quasi zu Stream-Aufzeichnungen geworden sind, will ich das nicht machen, weil das ganze Stream-Klimbim sonst mit dem Bild ist. Aber ansonsten ist auch noch die kleine Hürde da, dass ich halt die Videos normalerweise aufnehme, bearbeite, hochlade und lösche, weil das einfach viel zu viel Platz sonst auf der Festplatte wegnimmt über Zeit. Also nach ein paar Tagen sammelt sich da ganz schön was an. Deswegen habe ich die auch meistens gar nicht parat, sondern muss die dann von YouTube runterladen, was dann wieder dauert. Jetzt momentan bin ich wirklich echt total am Genshin Impact suchten. Mir macht das wirklich richtig Spaß und ich hätte es nicht gedacht. Und ich finde echt, das Spiel tut sich, ich meine wahrscheinlich funktioniert es erfolgstechnisch, aber ich finde mit dieser offensiven Werbung auf YouTube und überall tut sich das Spiel kein Gefallen. Weil diese offensive Werbung wirkt mittlerweile wie so ein, wenn man erwartet sowas irgendwie finde ich von so rip-off kleinen Handy-Doof-Spielen, die man irgendwie nicht so richtig ernst nimmt. Also mir geht es zumindest so. Wenn irgendwas auf YouTube ständig Werbung macht, weiß ich, naja, ist es wahrscheinlich ein Scheiß. So geht es mir zumindest. Und bei dem Spiel ist es eigentlich nicht so. Das ist tatsächlich ein vollwertiges und sogar echt gutes Spiel. Aber es bewirbt sich nicht so, finde ich. Aber vielleicht bin das nur ich. Vielleicht geht das nur mir so. Wer weiß. Du-du-du-du-dum-dum-dum-dum. Oh. Hmm. Hmmmm. Ah, der will irgendwelche blöden Früchte, oder? Ich hab keinen Bock, dir irgendwelche blöden Früchte zu bringen. Na, welche Früchte willst du denn? Wird so gut, wenn man manchmal einfach mit denen reden könnte. Hullo. Warte mal, sind die hier vielleicht Kokosnüsse? Das wär ja gut. Und, das ist gut, dass du das ansprichst mit Final Fantasy XIV. Ich finde es nämlich sehr gut, dass ich vergessen habe, wie ich den Wasserwerfer benutze. Ich finde es nämlich auch sehr gut, dass das kein MMO ist und kein so Massive-Multiplayer-Zeug. Und dass es zwar ein Multiplayer gibt, das aber eigentlich ziemlich im Hintergrund ist. Weil schon alleine, ich weiß, das klingt nach einer Kleinigkeit, ist für mich aber echt wichtig, ich kann auf Pause drücken. Jederzeit. Ich kann jederzeit auf Pause drücken. Und dass es bei so einem Spiel, für das mal doch immer online sein muss und das so Free-to-Play ist nicht selbstverständlich. Und das gefällt mir schon alleine echt gut. Also ich meine, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, deswegen spiele ich das Spiel nicht. Aber das ist so eine Kleinigkeit, die macht es mir gleich sympathischer. Ich kann das einfach Singleplayer spielen und werde nicht dauernd irgendwie mit Hier, willst du nicht doch irgendwie mal hier in Multiplayer? Keine Ahnung. Nein, will ich nicht. Danke, Schatzi. Was mache ich denn mit blauen Münzen? Ich habe es nie rausgefunden. Ich glaube, da steht sogar ein Text, was ich damit machen kann. Den drücke ich nur immer weg, weil es mich nicht interessiert. Ich muss wahrscheinlich zu dem Boot da. Ich habe irgendwas mit Bootshaus gelesen. Das sind mehrere Bootshäuser. Jetzt bin ich verwirrt und überfordert und habe Angst. Normaler Alltag. Quasi. Hier. Ich möchte was für blaue Münzen kaufen bei dir bitte, Kutta. Haltes Bootshaus. Koop statt MMO. Genau. Hallo, Pia. Willkommen zurück. Ja, ich mag es auf jeden Fall wirklich gerne. Ich mag das sowohl optisch gefällt mir das gut, als auch spielerisch. Ist einfach ein gutes Spiel. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und deswegen habe ich da auch noch einige, äh, deswegen komme ich überhaupt drauf. Deswegen habe ich jetzt noch einige Lore-Videos und Erklärvideos zu Genshin Impact aktuell in der Pipeline. Ähm, weil mich das einfach gerade echt interessiert. Und deswegen ergibt sich das für mich halt einfach. Aber spätestens, wenn dann Resident Evil 8 endlich kommt nächstes Jahr, gibt es auf jeden Fall auch wieder eine ganz große Resident Evil 8 Offensive. Und bis dahin gibt es natürlich auch immer Resident Evil und Fallout-Videos. Das könnte ich mir auch ganz, ganz ehrlich nicht leisten, keine Fallout und Resident Evil-Videos zu machen. Obst, Bananen, drei Bananen. Ich hätte auch gern drei Bananen. Die blauen Münzen kannst du bei den Tanokis abgeben. In dem Haus auf dem Steg. Hm. Du sprichst in Rätseln. Zumindest für mich gerade. Tanokis. Haus auf dem Steg. What? Das da? Kann man da reingehen oder wie? What? War das schon immer so? Null Erinnerungen habe ich da dran. Wirklich, das ist total crazy. Wer würde bitte ein Haus so bauen? Auf dem Steg. Das macht überhaupt keinen Sinn. Der Eingang muss hier sein. Wo der Eingang ins Level ist. Nicht an der Seite. Manchmal denke ich echt nicht nach. Ich habe mir ultrascharfe Chips kurz aus der Küche geholt und es die. Aber ich habe aufgerissene Lippen. Das ist echt übel. Die Merlin hat immer ganz krass Nase und die Hände von der kalten Luft im Winter. Super wund. So was ist echt doof. Aber ich kenne das oft mit so Wasabi-Nüssen oder sowas. Dass ich so in Gedanken bin, weil ich gerade irgendwas gucke oder lese oder sowas. Und dann nehme ich so eine ganze Handvoll Wasabi-Nüsse und werfe mir die so in den Mund. Und dann denke ich mir erst so, oh Gott. Was habe ich da gerade getan? Aber nein, es ist zu spät. Aus-Spucken kann man sich schlecht. Könnte man, aber... Nee. Da muss man durch. Ist das Tom Nook und Schlepp? Oder Nepp? Oder Nepp? Also 10 blaue Münzen für einen Shiny. Die eigentlich anders heißen, glaube ich. Aber vielleicht auch nicht. Wer weiß. Was machen wir denn jetzt? Und welches Level gehen wir denn? Das dahinten ist der Vergnügungspack, oder? Ich hasse den Vergnügungspack. Machen wir den Vergnügungspack. Dann haben wir es hinter uns. Ich wollte eigentlich die Laufdüse und nicht die Sprungdüse. So kann es gehen. Ach nee, das ist der Hafen. Oh, ich hasse den Hafen. Los geht's. Oh, der Hafen. Was ist masochistisch, wenn man Schmerzen mag? Bei sich selbst. Quasi das Gegenstück zu einem Sadisten ist ein Masochist. Töp-töp-töp-töp-töp. Ach so, du hast masochistisch geschrieben. Deswegen. Ach so. Deswegen. Aber wir wissen ja, was gemeint war. Ja. Nein. Ach so. Keine Ahnung. Hat mich verdrückt, aber passt schon. Mein Gott, hier liegen lauter tote Blooper in diesem... Meine Güte. Das ist ein... Das ist ein riesen Friedhof hier. Ha. Okay. Ah, das Rennen. Ich kann mich daran erinnern, das öfter mal gemacht zu haben. Blooper Surf Guru. Viel Spaß. Na ja, dann schauen wir mal. Ach so. Aber das ist noch gar nicht das Rennen. Da gibt es nämlich eine extra Mission für das Rennen. Aber das ist, glaube ich, nicht das Rennen. Kann ich springen mit dem? Ja. Puh, das war knapp. Das war knapp. Ah, ich glaube, das ist das Rennen. Interessant, aber gruselig. Ich fasse das gut zusammen. So manche psychische Besonderheiten. Ich würde gerne... Ich hätte wirklich... Ich finde das super interessant, nämlich. Wenn ich das auf Kommando wieder abschalten könnte, hätte ich gern mal für ein Wochenende irgendwie eine Psychose oder sowas. Das ist, ich hoffe, dass es nicht irgendwie jetzt für Menschen, die wirklich betroffen sind, zu offensive, dass ich mir das irgendwie leicht machen würde. Ich nehme das schon ernst. Aber ich würde es einfach so gern mal selber erleben. Aber wie gesagt, nur für ein Wochenende. Na, wenn man so durch elektromagnetische Strahlung diese Symptome hervorrufen könnte, kurzfristig, das würde ich sofort machen. Auch wenn es beängstigend ist währenddessen. Aber das... Die Erfahrung wäre es mir wert. Ja, das wäre auch gar nicht so schlimm. Cool. Eigentlich sind die meisten Menschen... Äh, Sadisten... Denn die meisten lachen, wenn jemand aufs Gesicht fällt. Ja, Schadenfreude ist, glaube ich, echt ein ziemlich interessantes... Und das Phänomen. Das ist, ne? Das ist schon sehr weird eigentlich. Also das meiste kommt dir davon, wenn zum Beispiel einer den ganzen Tag in einem Raum sitzt, für immer zum Beispiel eingesperrt oder so, und immer den gleichen Alltag hat, wird das dem Gehirn langweilig. Und macht selber Abwechslung, indem es zum Beispiel schizophren wird und denkt, man hat zwei Persönlichkeiten. Das finde ich auch super interessant, weil anscheinend vor allem so Geistersichtungen auch ganz oft darauf zurückgeführt werden, gerade früher, so 20. Anfang 21. Jahrhundert auch noch, oder nee, 20. 19. Jahrhundert eher, dass den Leuten einfach echt langweilig war. Die saßen halt dann abends irgendwie vor dem Kamin und haben vielleicht noch gelesen, wenn überhaupt, haben vielleicht noch irgendwie was getrunken und dann sieht man halt nach einer gewissen Zeit Geister, weil das Gehirn braucht irgendeine Stimulation. Und wenn es keine gibt, dann... Genau, macht man die selbst. Deswegen funktionieren ja scheinbar auch das, würde ich gerne mal versuchen. Es gibt doch so... Wie nennt man denn die so Reizisolationskammern? Die haben einen Namen, ich weiß nicht genau. Ähm, wo man wirklich komplett in einer Schalldichten und im Wasserbad auch, dass man möglichst auch von Gravitationseffekten unberührt ist, ohne Licht, ohne Geräusche, komplett isoliert ist. Und dann fängt man eben an zu halluzinieren, von ganz alleine. Das würde ich gerne mal machen. Was ist eigentlich unsere Aufgabe hier gerade? Ich springe immer in die Level und weiß gar nicht. Die eingesperrte Insignie. Die Kamerafahrt am Anfang hätte mir wahrscheinlich was verraten, ne? Der Zug ist abgefahren. Hm, ich gehe mal weiter. Gehört das so? Ja, anscheinend. Na gut. Floating Tanks. Na, kann sein. In den Isolationstanks gab es eine lustige Simpsons-Folge. Ja, die kann ich mich auch erinnern. Das stimmt. So was meine ich, genau. Wie in der Simpsons-Folge. Mit Lisa und Humor. Wahrscheinlich muss ich ganz da nach oben klettern, oder? Ja. Ha! Landsquids werden mit der Zeit allergisch gegen Wasser. Deswegen kann man die so gut damit besiegen. Muss man wissen. Ich hasse sowas. Wirklich. Ich hasse so ein Level-Design. Warum machen wir das so? Das ist einfach nur gemein. Einmal runtergeschubst und schon kann man wieder von vorn anfangen. Wer würde sowas tun? Einfach nur grausam. Da sind wir wieder bei Sadismus. So ein Level-Design ist sadistisch. Wie hoch fährt denn der Kran da? Nicht sehr hoch. Kommen wir denn dann überhaupt da hoch? Ah ja. Das geht. Na dann. Ja, aber das ist glaube ich nicht das gleiche mit Ohrenstöpseln und Schlafmaske. Dann kommen die Katzen und schmusen sich an mich ran und so und man spürt Vibrationen und ich glaube, das geht nicht so leicht. Aber man träumt besser. Vielleicht schläfst du tiefer, weil du, das kann schon sein. Und wenn du, das kann schon sein. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Auf einmal kommt der Wind daher und pustet mich wieder runter. Oh, ich hasse so ein Level-Design. Ah, warte mal. Ich glaube, ich kann mich an die Stange hängen, ne? Und dann da hinten hochklettern. So komme ich relativ schnell relativ hoch. Ich habe nur ein bisschen Angst vor der Blubbertinte da hinten. Okay, Zuckerstangenkran. Auf geht's. Nein, das wollte ich nicht. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich weiß es nicht, aber es hat funktioniert. Wie geht das jetzt, dass ich nicht abspringe? Ah, okay, Gott. Okay, das ist eine gute Route zumindest. Da kommen wir schnell wieder her und sein muss. Nein, 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 nein. Blöde Winddinger. Jetzt geht weg. Ist das ein Supersprung? Ah, das ist gut. Ein Supersprunggerät. Das wird uns helfen. Hi, Abraxe. Hallo. Ein Kühlschrank in der Nähe vom Bett stehen. Ja, das glaube ich, dass das beim Schlafen dann stört. Dass man unkonzentriert ist und man dann an der rechten und an der linken Hand jeweils mit dem Daumen nach und nach jeden Finger berührt. Ein paar Minuten, dass man sich besser konzentrieren kann, wenn man damit die rechte Gehirnhälfte mit der linken verknüpft. Und, aha, das ist ein guter, guter Tipp. Das werde ich mal versuchen. Wenn ich, weil es gibt manchmal so Tage, da sitze ich hier, wenn ich meine Videos mache und ich drehe durch, weil ich quasi eben so abgelenkt bin und mich nicht konzentrieren kann und dauernd mein Hirn einfach so, nicht in der Lage ist, was zu machen. Da versuche ich das vielleicht mal. Wie geht's? Warte mal, 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 mit mit der rechten und linken Hand jeweils mit dem Daumen nach und nach jeden Finger berühren. Also, also so quasi, ne? Mit, ne? Okay. Wind, geh weg. Keiner mag dich. Lauf einfach, Mario. Durchlaufen. Yippie. Und nö, und jetzt? Ah, cool. Das ist aber gar nicht so schwer. Gleichzeitig mit beiden Händen zwei Minuten. Das ist jetzt vielleicht eine Einbildung. Aber es fühlt sich irgendwie gut am Hirn. Auf jeden Fall. Das ist jetzt noch. Oh, irgendwie angenehm. Ein bisschen beruhigend, fast. So. Aber jetzt weiter. Ich gehe mal in dem Verklügungsparklevel wieder. Okay. Es war kein Level. Oh 1917. Das wär doof. Ich bin ja erwiesenermaßen Reptiloid. Ich bin ja quasi Reptiloiden-Mensch-Kommunikator und gleichzeitig ein Landsquist. Es ist kompliziert mit uns Reptiloiden. Ich arbeite ja hart daran, das schlechte Image der Reptiloiden in der Gesellschaft dem entgegenzuwirken. Da gibt's so viele Vorurteile. Dabei sind wir halt auch nur ganz normale Dudes aus einem benachbarten Mondkrater. Das ist kompliziert. Da muss man jetzt schon tief in so Verschwörungstheorien drinstecken. Ich interessiere mich ja wirklich für so Verschwörungstheorien. In so einem bizarren... Ich weiß gar nicht, wie ich... Es ist so Tourismus. Ich kann's gar nicht verschreiben. Es ist so eine Faszination des Absurden irgendwie. Aber gleichzeitig auch... Gleichzeitig steckt da oft so viel Kreativität und so nette Ideen in so Verschwörungstheorien. Dass ich das irgendwie einfach nett finde, mir das anzusehen. Ich find's lustig. Und... Skurril, aber eben auch interessant. Sowohl wie das psychologisch bei den Menschen funktioniert, als auch dann quasi die Theorien an sich. Und... Eine sehr schöne Theorie, finde ich, ist nämlich, dass die ganze Erde in Wirklichkeit nicht nur irgend so eine Scheibe ist, sondern in einem Mondkrater ist. Und diese Verschwörungstheoretiker wissen auch ganz genau, in welchem Mondkrater. Weil der Mond ist in Wirklichkeit nur eine Schwarz-Weiß-Reflektion von unserer Welt. Und wir leben nur in einem kleinen Krater von diesem Mond, der mit einer Eiswand umgeben ist. Und in den ganzen Nachbarkratern sind andere Zivilisationen. Und zum Beispiel die Reptoluiden, aber auch Insektuiden zum Beispiel, kommen aus den Nachbarkratern zu uns. Und ich find, das ist so ein geiles Szenario. Das ist so ein geiles Science-Fiction-Szenario. Ich find das so faszinierend. Es macht mir echt Spaß, mir sowas anzugucken. Ähm... Es ist auch ein bisschen bedenklich irgendwie, oder? Dass Menschen das wirklich so echt glauben und dass das so einen wichtigen Platz in deren Leben einnimmt. Aber andererseits ist es eben auch auf eine skurrile Art und Weise faszinierend für mich. Tja, so ist das eben. Ein PMK, ein Reptiloiden-Mensch-Kontakter, genau. Ein bärtiger Reptiloid. Das FBI und der Geheimdienst sind alarmiert. Ein normaler Reptiloid wäre noch okay. Aber ein bärtiger, das geht zu weit.